Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man mit VirtualBox arbeitet. Zuvor natürlich, was ist VirtualBox? VirtualBox ist eine Software, mit dessen Hilfe man ein anderes Betriebssystem in einem bestehenden Betriebssystem laufen lassen kann. Das klingt auf den ersten Blick relativ kompliziert, aber wenn wir hier bei Wikipedia sind, unter dem Eintrag VirtualBox, wird uns hier etwas näher erläutert, nämlich von welcher Firma das jetzt momentan hergestellt wird, diese VirtualBox, diese Software von der Firma Oracle, die stellt uns diese Software zur Verfügung. Am besten begeben wir uns dann gleich zur Homepage von VirtualBox, das ist virtualbox.org. Hier haben wir diese Webseite. Wenn man hier dann auf Screenshots geht, bekommt man vielleicht den besten Eindruck, wenn wir hier verschiedene Bilder uns ansehen können. Vor allem hier für einen Windows-Benutzer ist hier dieses Image, dieses Bild hier besonders einladend. Wenn ich jetzt hier dieses Bild betrachte, dann sehe ich hier eine Windows-7-Umgebung, das heißt ein normales Windows-Betriebssystem. Hier habe ich diese VirtualBox und von hier, von dieser VirtualBox aus, kann ich durch einen Klick, hier zum Beispiel auf Ubuntu 10.10, das Betriebssystem Ubuntu starten. Das heißt, ich kann in einem Fenster, wie ich es hier sehe, kann ich ein anderes Betriebssystem, wie zum Beispiel Linux, Ubuntu oder zum Beispiel eine ältere Windows-Version in einem eigenen Fenster laufen lassen. Das hat für mich den großen Vorteil, dass ich dieses Betriebssystem nicht fix auf meinem Computer installieren muss. Ich kann mehrere Betriebssysteme, wie hier zum Beispiel angezeigt, Ubuntu, Solaris, Windows XP, Ubuntu 18, kann ich hier auf meinem Computer parallel installiert haben. Und ich kann es sehr einfach löschen, indem ich einfach hergehe und diese VirtualBox, diese virtuelle Maschine da, einfach lösche. Wie ich das jetzt herunterlade, nämlich diese VirtualBox, zeige ich dir jetzt. Du gehst hier bei der Webseite virtualbox.org auf Downloads, schaust dann, welches Betriebssystem du gerade verwendest. Wenn du zum Beispiel Windows verwendest, würde es sich empfehlen, hier die Virtual Platform Packages für Windows zu nehmen. Das wäre dann hier, geht dann hierher, braucht eine gewisse Zeit und dann klickt man auf Speichern. Das wird an der entsprechenden Stelle dann, die man sich im Ausdruck auf der Festplatte gespeichert. Und darüber hinaus würde ich dir natürlich empfehlen, dann auch die sogenannte Extension Pack, ebenfalls die herunterzuladen, ebenfalls durch einen Klick. Mit dieser Extension Pack kann dann deine VirtualBox dann noch mehr Dinge machen, wie zum Beispiel USB-2-Anschlüsse werden dann unterstützt. Du kannst also in deinem Rechner einen USB-Stick zum Beispiel einstecken und das Betriebssystem, welches in deiner VirtualBox dann abläuft, gestartet wurde, kann dann auch zum Beispiel mit deinem USB-Stick dann umgehen. Nachdem ich das heruntergeladen habe, werde ich jetzt gleich deine VirtualBox dann auch installieren.